Hallo meine Lieben! Frühling, Sonne, Sonnenschein! Die Motorradsaison geht wieder los. Also sollte man in seinem Moped auch gründlich durchchicken, bevor man das erste Mal wieder am Start geht. Das habe ich auch bei meinem Cousin gemacht, bei seiner Susi GSE 600. Und da habe ich festgestellt, dass die Bremsbeläge vorne schon an der Verschleißgrenze sind. Und darum mache ich die heute neu. Viel Spaß! Als erstes, woran erkennt man, dass die Belege erneuert werden müssen? Der Hersteller gibt vor, bei weniger als 2 mm Belagstärke müssen die erneuert werden. Bei dem hier kann man das erkennen, wenn die Schlitze hier nicht mehr vorhanden sind. Aber ich wechsle die immer schon vorher. Die neuen Belege kosten 40 Euro. Dafür braucht man nicht bis auf die letzte Rille zu fahren. Die Bremsscheiben sollte man sich auch immer anschauen. Die haben eine Verschleißgrenze von 4,5 mm. Das steht meistens auch drauf. Hier steht's. Das kann man mit einem Messschieber messen, wenn der hier ausgefräst ist. Die hat 4,7 mm. Geht gerade noch. Man kann auch ein paar Riefen sehen. Sieht aber schlimmer aus, als es ist. Wenn man mit einer Fingernlage drüber fährt und nicht stecken bleibt, ist es noch okay. Aber spätestens kommendem Winter müssen die Bremsscheiben auf jeden Fall gemacht werden. So, fangen wir mal an. Als ersten Schritt lösen wir den Bremsbelag-Befestigungsstift mit einem 5er Imbus. Der sitzt hier. Danach befestige ich mir ein Stück längeren Draht am Lenker. Damit ich den Bremssattel daran aufhängen kann. Der soll ja nicht am Bremsschloch hängen. Als nächstes nehme ich den Bremssattel ab. Dafür hängt man hier den Bremsschloch aus. Schraubt die beiden Schrauben mit einer Zwevernuss raus. Zieht ihn von der Bremsscheibe ab und hängt ihn hier am Draht auf. Schraubt die beiden Schraubt. Jetzt noch einen Bremsschloch befestigungsstift. Ich habe meine Gummischrotmatte dazwischen gepackt, damit der Bremssattel nicht das Schutzblech zerkratzt, sonst weint mein Kamerafuzzi. Nun schraube ich die Bremsbelachsfeder, so nennt sich die, glaube ich, hier und hier ab. Dafür braucht man einen 3er Inbus. Danach dreht man den gelösten Bremsbelachsbefestigungsstift ganz raus und nimmt die Bremsbeläge raus. Schaut euch mal die alten Belege an. Bei dem ist die Belagschicht dünner als ein Blatt Papier. Das war jetzt wirklich höchste Zeit, die zu erneuern. Den Befestigungsstift sollte man prüfen, ob der nicht verbogen oder beschädigt ist. Den kann man einfach über den Tisch rollen und schauen, ob der eiert. Der ist okay. Und Beschädigungen hat der auch keine. Den Stift und die Feder sollte man gründlich reinigen. Ich meinte sowas immer eine Stunde in Kaltreiniger und schrubb die danach ordentlich mit der Bürste ab. Da werden die ganz gut sauber. Jetzt sollte man die Bremskälen penibel reinigen, bevor man die zurückdrückt. Ich reinige die immer vor mit Bremsenreiniger und einer Zahnbürste. Am besten was auslegen, damit es nicht auf den Boden tropft. Und du, geh auch mal ein Stück zurück mit der Kamera, damit die nichts abkriegt. Wie man sieht, bekommt man nicht alles ab. Da sind überall noch hartnäckige Ablagerungen. Und hier oben kommt man gar nicht ran. Dafür gibt es zwei Tipps von mir, wie ich das mache. Mit so einem Reinigungsbett bekommt man in der Regel auch die hartnäckigsten Ablagerungen weg. Nicht verwechseln mit dem Schleifpad. Mit sowas auf keinen Fall da rangehen. Und um überall an einem Bremskolm ranzukommen, muss man den Kolm drehen. Dafür gibt es extra ein Werkzeug. Aber wenn ihr eine gekröpfte Sprengringzange habt, geht es damit fast genauso gut. Erstmal mit dem Reinigungsbett sauber machen. Und dann den Bremskolm weiter drehen. Zange rein, zusammendrücken und drehen. Geht ohne Probleme. Das macht man einmal rund mit allen Bremskolmen. So sollte es ungefähr aussehen. Alle Bremskolmen sind sauber. Jetzt kann man die unbesorgt zurückdrücken, ohne dass die Staubmanschetten Schaden nehmen könnten. Man muss natürlich darauf achten, dass der Bremslösigkeitsbehälter nicht zu voll ist. Dann müsste man was absaugen. Der hier war sogar schon unter low gewesen, weil die Belege komplett drunter waren. Die Bremskolmen kann man in der Regel, wenn alles in Ordnung ist, ohne Werkzeug zurückdrücken. Ist zwar nicht ganz leicht, aber wenn man was in den Röhren hat, geht das schon. Wenn die zurückgedrückt sind, macht man noch die Auflageflächen schön sauber, wo die Bremsbeläge hin und her gleiten. Ich mache das wieder mit Bremsenreiniger, Zahnbürste und Reinigungspett. So sollten die Laufflächen aussehen. Die müssen glänzen. Ich weiß, dass das viel Mühe macht, bis alles so sauber ist. Aber die Bremse ist an so einem Bike das wichtigste Instrument. Da entscheidet manchmal eine Zehntelsekunde über Leben oder Tod. Die Bremsbelagsfeder und der Bremsbelagsbefestigungsstift sind auch gut sauber geworden. Hier liegen die neuen Bremsbeläge. Die sollte man immer mit den alten vergleichen, ob die identisch sind. Passt! Nun kann man die neuen Beläge einbauen. Als erstes kommt die Bremsbelagsfeder wieder rein. Jetzt kommt die Bremsbeläge. Die beiden Schrauben werden mit einem 3er Inbus nur handfest festgezogen, in Newtonmeter ausgedrückt 4 Newtonmeter. Als nächstes kommen die neuen Bremsbeläge rein. Ich baue die jetzt demonstrativ trocken ein, damit es nicht wieder heißt, du musst das nehmen oder das ist besser, bla bla bla. Ihr könnt ja dann eure Belege einschmieren oder vollschmieren mit was ihr wollt. Hauptsache es ist für eine Scheinbremsanlage zugelassen. Und ich schmiede nicht die Bremsscheibe oder die Reitfläche hier voll. Wie gesagt, trocken einbauen geht auch. Kann im schlimmsten Fall beim Bremsen ein bisschen quietschen. Ansonsten passiert ja gar nichts. Jetzt zeige ich euch die einfachste Einbaumethode, wie man die Belege ohne Fiegepummel einbauen kann. Dazu braucht man einen sauberen Holzkeil. Als erstes legt man die einfach hier unten übereinander rein, nimmt sich den Stift und steckt ihn wieder in seine Position. Drückt die Belege ein bisschen nach hinten und schiebt gleichzeitig den Stift durch. Jetzt nimmt man sich den Keil, schiebt ihn zwischen die Belege und drückt ihn hoch und runter. Jetzt sitzen die perfekt auf Position. Den Stift noch mit der Hand festschrauben. Das war's. Als nächsten Schritt sollte man die beiden Schrauben vom Bremsattel richtig gut sauber machen. Am besten mit einer Drahtbürste. Da darf auch nichts mehr vom alten Schraubenfest zu sehen sein. Wenn die sauber sind, kommt der Schraubenfest drauf. Die Gummischrottmatte kann weg, den Draht vom Bremsattel abmachen und auf die Bremsscheibe stecken. Die beiden Schrauben rein und mit einer 12er Nuss und 25 Nm festziehen. Jetzt noch den Bremsattelachse-Festigungsstift mit einem 5er Inbus und 15 Nm festziehen. Den Bremsdruck wieder einklipsen und den Draht abnehmen. Genau das gleiche macht man auch auf dieser Seite. Wenn beide Seiten gewechselt sind, muss man den Bremshebe mehrmals betätigen, bis der Bremsdruck wieder da ist. Dann sind wir auch schon durch mit der Bremse. Daran denken, die ersten 200 km müssen sich die Belege an die Bremsscheibe anpassen. Da sollte man, wenn möglich, langanhaltendes und aggressives Bremsen vermeiden. Kontrolliert öfters eure Bremse und fahrt die nicht bis zur letzten Rille runter, wie mein Cousin hinter der Kamera. Ich wollte heute auch eigentlich die Bremsflüssigkeit wechseln, denn die sollte ja normalerweise alle zwei Jahre gewechselt werden. Und wer weiß, wann die bei dem Mopeltier das letzte Mal gewechselt wurde. Aber zeitlich schaffe ich das heute nicht mehr. Das machen wir dann im nächsten Motorradvideo. Ersatzteile und Werkzeug habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Ich wünsche euch allen ein schönes Osterfest. Bleibt alle gesund. Und bis zum nächsten Mal, eure Gina. Be Moin nach. Bis zum nächsten Mal. Nachts Sinten. 2021